Peace Freunde, was geht ab? White Wolf ist wieder back am Start mit einem erneuten Pickup Video. Ich würde sagen, let's go. Ich zeige euch, was ich bekommen habe und viel Spaß. Als erstes gab es einen richtig geilen Deal, den ich für 26 Euro auf Ebay Kleinanzeigen geschossen habe. Ich zeige euch mal die Spiele im Schnelldurchlauf, weil das sind echt einige. Bevor ich euch die zeige, hier nochmal kurz meine Insta-Story dazu. Es gab echt jemanden, der hat zwei Spiele oben auf dem Paket draufgeklebt mit Tesafilm, weil die nicht mehr ins Paket reingepasst haben. Das wird bestimmt in der Top 10 kommen, für die skurrilsten Verpackungen oder was weiß ich. Der Karton war einfach quasi komplett voll, er hat aber noch zwei Spiele oben draufgeklebt. Also die waren draußen, die hätte man auch abreißen können. So, einmal gab es hier Nioh für die PS2 Summer Athletics, World Series of Poker, Gran Turismo 4, GTA 5 und ein paar Kack-Sportspiele. Assassin's Creed 4, Black Flag, Battlefield Bad Company 2, Gran Turismo 5. Kleiner Geheimtipp, Need for Speed Carbon ist für die PS3 relativ teuer. Und Call of Duty Black Ops 2. Dazu gab es dann noch einmal die passende Playstation 3 Slim-Konsole. Die war jetzt komplett ohne alles, ohne Controller, ohne Kabel. Aber wenn ich mir das hier angucke, diese Spiele plus die Konsole für 26 Euro irgendwie so viel versandt, was willst du da noch sagen? Zusätzlich gab es dann noch einmal Watch Dogs für die PS4. Das habe ich Dennis auch mitgebracht. Dementsprechend Hammer Deal auf jeden Fall. Ihr wisst ja, ich liebe meine Playstation 3 Deals und das ist so eine Nische, die kriegst du noch relativ günstig. Wenn du weißt, welche Spiele du holen musst, dann sind die auch noch relativ gut und haben einen hohen Preis. Aber sind relativ wertig dann noch. Deswegen, ich habe das Gefühl, alle stürzen sich so auf dieses Nintendo und deswegen kriegst du da gar nichts mehr so wirklich auf eBay-Kleinerzeigen. Aber die guten alten Playstation-Spiele, die kriegst du immer noch zu einem richtig guten Preis. Und zwar hierfür habe ich 13 Euro inklusive Versand bezahlt. Da gibt es einmal das Telltale-Spiel Walking Dead, die erste Season und auch direkt hinterher die zweite Season. Und Tony Hawk's Pro Skater 5. Relativ cool, die Tony Hawk's Spiele sind auch schon gut im Wert gestiegen. Zum einen ist das Remastered ja angekündigt und kommt bald raus. Zum anderen sind so ein paar Tony Hawk's Spiele doch relativ geil. Und nur die für die PS4, die sind absolut rotz. Und kann man immer mitnehmen, FIFA 18 in der Legacy Edition ist immer so ein 10er Wert mittlerweile noch. Die FIFA-Teile, die relativ spät in der Konsolengeneration rauskommen, sind immer ein bisschen was wert. Wenn ich das jetzt mitnehme, was ein 10er Wert ist und der ganze Deal 13 gekostet hat, könnt ihr euch ja denken, dass ich hier einen coolen Deal gemacht habe. Oder nicht? Was, Bruder? So, jetzt gibt es zur Abwechslung mal coole Pokémon-Karten. Alle kommen in meine Sammlung. Ich habe auch keinen Schrapperpreis bezahlt. 20 Euro inklusive versichertem Versand. Zuerst gibt es hier aus dem Base-Set zwei Nidoqueen. Eine absolut geile Holo-Karte. Dann gibt es hier aus dem Jungle-Set auch ein richtig schönes Aquana. Nochmal aus dem Jungle-Set ein Pantymos. Immer noch Jungle-Set Pixie. Und zu guter Letzt die Promo-Karte Mautzy, die bei dem Pokémon-Trading-Kart-Spiel dabei war. Alle fünf Karten sind Holo und in einem relativ schönen Zustand. Alles für meine Sammlung 20 Euro. Das heißt, es sind 4 Euro pro Karte. Habe ich definitiv keinen Schrapper bezahlt, aber kann mich auf jeden Fall auch nicht beschweren. Jetzt gab es einen Deal. Was soll ich sagen? PlayStation 3. Beruhigt euch, beruhigt euch. Am Ende kommt auch noch das Highlight aus diesem Video. Es ist einfach Holy Grail, würde ich sagen, aus meiner Sammlung. Das ist das, was ich am meisten schon, seitdem ich anfangen zu sammeln, haben wollte. Also stay tuned. Bei dem Deal gab es zwei Sachen, die eigentlich weniger nicht zusammenpassen würden. Und zwar gab es hier einmal EA Active 2. Personal Trainer. Ist halt so ein typisches Wii-Spiel. Die gingen damals alle durch die Decke. Jeder wollte so viel Wii für's Plus sein und solche Sportspiele halt mal machen. Und das Witzige ist, in dieser Big Box ist es halt so, dass alles noch original verschweißt ist. Das heißt, das Spiel ist neu. Das ist nämlich das Spiel an sich. Und ihr könnt sehen, dass es noch verschweißt ist. Auch dieses Armband und so ist alles verschweißt. Und hier drunter sind auch noch mehr Sachen, die einfach noch komplett neu sind. Das heißt, das Ding wurde einfach nie benutzt. Ist komplett neu. Und die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, die wissen, dass das ein Ding ist, was gebraucht schon so ein Swanny wert ist. Neu kriegst du da bestimmt 30 Euro für. Gab es jetzt quasi Mitte den Bundle für mich für 5 Euro. Was das Ganze für mich jetzt aber interessant gemacht hat, ist einmal die PlayStation 3 Silber in der Slim-Variante. Sieht man wirklich nicht oft die PlayStation 3 OVP in Silber. Sollen wir die mal auspacken? Ich denke schon, oder? Das ist hier einmal die Konsole an sich. Die sieht wirklich Hammer aus. Zustand ist einfach nur klasse. Könnt ihr ja hier überall sehen. Und die silberne PlayStation 3 macht einfach was her. Ja, zusätzlich gab es dann auch zweimal auch den DualShock-Controller in Silber in einem Hammer-Zustand. Genau wie die PlayStation 3 und die OVP. Und die PlayStation 3 ist einfach nur der Hammer. Die OVP sieht klasse aus. Hier oben ist ein kleiner Riss, aber völlig in Ordnung. Und die OVP im Großen und Ganzen würde ich dir auf jeden Fall eine sehr gute Note geben. Aber die OVP an sich sieht einfach nur top aus. Ich will mal wieder ein altes Format rausbringen. Und zwar Guess the Price. Ihr sagt mir jetzt, was ich hierfür bezahlt habe. Der, der richtig rät oder am nächsten dran ist, bitte im nächsten Video eingeblendet. Also alle schön in die Kommentare hauen. Was habe ich hierfür inklusive Versand bezahlt? Zu guter Letzt gibt es jetzt das Sammlungsstück, sag ich mal. Was ich wirklich seitdem ich diesen Kanal hier aufgemacht habe. Und seitdem ich auch aktiv angefangen habe zu sammeln, haben wollte. Das war immer so ein Ding, das war immer wirklich sehr teuer. Und dachte ich mir auch so, ja es verbraucht sehr viel Platz. Es ist sehr groß. Aber es connectet auch irgendwie zu meinem YouTube-Kanal. Vielleicht wissen auch schon einige, was ich jetzt meine. Und zwar gab es für mich einmal mein persönliches Holy Grail. Die Collector's Edition zu Witcher 3. Das ist einfach das Game, was mir irgendwie am meisten bedeutet. Das ist das Game, was für mich das beste Spiel aller Zeiten ist. Ich blende euch auch mal die Inhalte ein. Da ist eine extrem geile Figur dabei. Da ist ein richtig cooles Artbook dabei. Ein Medaillon, alles Mögliche ist dabei. Und wie ist es dazu gekommen? Ich hatte, also es gibt generell immer relativ wenig auf Ebay. Die werden auch schnell verkauft. Und da war jemand, der hat die für 270 Euro drin gehabt. Und das war mir eigentlich zu viel. Die ist ja auch gebraucht. Die ist nicht mehr neu. Und das war mir schon ein bisschen viel. Und anscheinend brauchte er wohl Geld. Wenn du ja was beobachtest, kann der Verkäufer dir auch einen Preisvorschlag schicken. Hat er mir 250 geschickt. War mir auch immer noch zu viel. Ich habe mir auch in anderen Sachen immer sehr viel Geld ausgegeben. Hier hat es mir immer so diese Grenze gesetzt, dass ich 200 Euro zahle. Mehr nicht. Ich bin auch ein Schnäppchen-Neger. Ich brauche einfach das, dass ich das auch günstig kriege. Klar, ich hätte mir jetzt für 1000 Euro auch die neu kaufen können. Aber da wäre irgendwie keine Story hinter gewesen. So, da waren wir jetzt am Strand in Kroatien und er schickt mir für 250 Euro den Preisvorschlag. Und war mir zu viel. Ich so frech wie ich bin, einfach für 190 Euro den Preisvorschlag geschickt. Kam, glaube ich, so eine halbe Stunde keine Antwort und dann hat er es angenommen. Wir haben dann auch noch ein bisschen hin und her geschrieben bei Ebay. Und einfach nur Hammer, dass er das für 190 Euro angenommen hat. Mit Versand habe ich jetzt, glaube ich, fast 200 Euro bezahlt. Und das war also genau meine Grenze, die ich zahlen wollte. Ich habe es jetzt in meiner Sammlung stehen. Bin super happy darüber. Und kann somit einen fetten Haken auf meiner Worte-Liste abhaken. Das war es auch für heute. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Hinterlasst gerne auch eine Bewertung und einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.